Die Internetseite habe ich sehr gut gefunden, weil sie einem Mess viel näher bringt und sie ist auch sehr übersichtlich. Das heisst, man kommt ihr und weiss sofort, wo man ungefähr suchen muss. Was ich sehr spannend gefunden habe, ist zum Beispiel, dass man auch hinter der Kulisse schauen konnte, wie zum Beispiel Glaubensfragen, wo ja viele Leute auch viel Kritik haben und das macht ihnen auch Mühe. Da finde ich sehr gut, dass man da auch informiert wird. Am Anfang bin ich nicht so ganz daraus gekommen. Auf der Startzeiten wusste ich nicht, wieso sie jetzt drei Bilder hätten. Und dann wusste ich auch nicht, ob bei den anderen Kirchen andere Themen oder so behandelt werden. Aber dann mit der Zeit hatte ich es mehr oder weniger im Griff. Und dann ist es eigentlich relativ gut rausgekommen. ... ...